Hallo ihr Lieben, ich muss dazu sagen, ich hoffe es funktioniert heute mit dem Nachvertonen, denn ich bin noch leicht gebeutelt mit Husten und dementsprechend nicht ganz so einfach. Ich habe heute mal die Glaskravur ausprobiert, das war jetzt gar nicht so einfach, ich habe mir das viel leichter und schöner vorgestellt und hatte ja sowieso schon Geräte, um jetzt zum Beispiel zu gravieren und genau, habe es dann dementsprechend mal ausprobiert. Es war mit der Schrift, die ich dort gerade mache, gar nicht so einfach, einfach weil man glaube ich, also bei mir ging es leichter, wenn man lange Linien gezogen hat und also dass man so eine Sachen halt gut in einem Rutsch machen kann. Das war jetzt aber eben da irgendwie gar nicht so möglich, ich habe mir den Spruch eben halt schöner vorgestellt, man kann ihn auch kaum noch lesen und genau, hatte mir so einen Spruch auch eben ausgedruckt und in das Glas reingemal gemacht. Ich glaube, das nächste Mal probiere ich es wahrscheinlich wirklich dann aus, dass ich das mit einem ganz zarten Stift irgendwie auf das Glas male und genau. Als Hinweis eventuell auch unbedingt eine Brille aufsetzen, egal was für eine irgendwie, dass ihr euch die Augen schützt, weil natürlich das Glas, das macht so ein bisschen, dass das so absplittert, also dementsprechend schaut da gerne, dass ihr euch auf jeden Fall schützt vor und genau, also dementsprechend sollte da so ein bisschen geschaut werden. Ich habe übrigens alles so ein bisschen im schnelleren Modus, außer wenn ich euch jetzt die Gläser zeige, dann schaue ich, dass ich euch das ein bisschen langsamer natürlich zeige, aber ihr habt schon gesehen, man sieht das ganz schwer, was der Spruch dann heißt, soll und ist natürlich so ein bisschen schade, finde ich ein bisschen traurig, aber ich übe weiter und hoffe, also es sind ja auch schon welche, wo das halt zumindest lesbar ist, wo ich eben auch schon Namen drauf graviert habe, aber wie gesagt, war gar nicht so einfach. Also man denkt sich das immer so schön einfach, oh ja super, machen wir mal ein Glas mit Gravur und ja, schade. Also dementsprechend, ich habe mehrere Gläser ausprobiert, also ich lasse euch das einfach mal so ein bisschen laufen und erzähle einfach ein bisschen was dazu. dass das, wie gesagt, das Gerät selber finde ich wirklich gut. Ich glaube, man braucht bloß eine gewisse schöne Technik jetzt einfach dafür, um das Ganze dann eben auch in einer schönen Art und Weise hinzubekommen. Ich habe schon relativ lange drüber nachgedacht, das auszuprobieren und im Sommer war ich ja, habe ich von meiner Freundin auch ein Glas bekommen, was sie selber graviert hat, wo ich dachte doch, das muss ich jetzt unbedingt auch selber mal ausprobieren, also dementsprechend habe ich da ja dann meinen ganzen Mut zusammengefasst und mich darum gekümmert, dass ich das mache. Es ist ja mal nicht ganz so einfach, dadurch, da ich ja auch noch Vollzeit arbeite, habe ich einfach nicht immer so die Zeit, wie ich es gerne hätte. Ja, hier seht ihr, da habe ich eine Note gemacht, beziehungsweise auch einen Notenschlüssel. Ich finde, der ist jetzt, ist jetzt keine Schönheit, aber immerhin ist er, man erkennt, was das sein soll und genau, also dadurch habt eure Erwartungen nicht ganz so groß, es sei denn, ihr seid die Supertalenten und ihr könnt das sofort, bei mir funktioniert es leider immer nicht, aber das ist auch okay. Dafür ist es ja eben auch da, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Also scheut euch da nicht, dass es eben vielleicht auch mal nicht so wird, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ja, ansonsten, ich möchte schon mal, ich weiß nicht, wer es vielleicht auch schon gesehen hat, wir haben zumindest aktuell, es geht ja auch immer mal ein Abonnent, aber wir sind aktuell 400 Abonnenten und ich freue mich sehr drüber. Aktuell sind ja viele auch über die Short-Videos gekommen, wo ich halt Musik oder auch meine zwei Meerschweinchen immer mal wieder zeige und gerade meine Schweinchen sind sehr beliebt und genau, Ernie und Bert heißen sie ja beide, die sind beide halt echt zuckersüße. Also ich liebe sie ja sehr von Herzen, ich habe ja schon relativ lange immer wieder Schweinchen und freue mich sehr, dass die beiden sich halt, also sind ja zwei Jungs, dass die sich so vertragen und genau. Ja, ansonsten Musik lade ich hoch. Ich war jetzt bei ein, zwei, drei Konzerten auch wieder gewesen. Es sind immer kleine Bands, aber ich mag es sehr, gerade weil es eben auch immer mal was anderes ist. Ich brauche keine Künstler, die schon, weiß ich nicht, 20.000 Hits in den Charts haben und ich mag es halt tatsächlich alles sehr kleiner, feiner in den Clubs und die freuen sich, die Clubs, wenn dort die Leute hingehen. Also kann ich es nur unterstützen, geht in die kleinen Clubs, die Kultur muss leben und es gibt Abende, wo es einfach leerer ist und es gibt Abende, wo es auch sehr voll ist und aber es ist einfach so, so schön, dieses Gefühl dann in diesen Live-Clubs und ja, also gönnt euch das. Ja, hier zeige ich euch noch meine Ergebnisse. Hier hatte ich jetzt einen Namen. Ich finde den Namen, finde ich jetzt gar nicht so schlecht geworden, muss ich mal sagen. Und genau und habe es dann ein paar Tage später nochmal probiert mit dem Namen Claudi. Ich habe es ihr nämlich zum Geburtstag geschenkt und habe es mit zwei Gläsern probiert. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Ich habe es ihr trotzdem geschenkt, auch wenn ich nicht ganz zufrieden war, aber ich finde es halt auch immer so schade, wenn man Dinge wegschmeißt, nur weil sie nicht so geworden sind, wie man sich das vorgestellt hat. Ich habe auch noch ein Glas jetzt behalten, was auch nicht ganz so schön geworden ist, aber ich bastle halt viel. Da brauche ich auch mal ein Glas, wo ich einen Pinsel drin auswaschen kann oder ähnliches. Also das wäre jetzt total blöd jetzt gewesen, das Ganze wegzuschmeißen oder was ich ja auch viel mache, ist, wenn ich von Pflanzen so Nachzügler hochziehe. Hier seht ihr übrigens, ich habe dann versucht, das Papier festzukleben, damit es mir nicht wegrutscht und genau, also aber ja, was ich sagen wollte ist, gerade für Pflanzen, wenn ich dann wirklich die Sachen, die vielleicht abgebrochen sind von Pflanzen und dann brauche ich ja auch erstmal, wo sie erstmal im Wasser stehen und dafür kann man das auch super nutzen. Also vielleicht kann man sich auch irgendwann das Ganze noch so versuchen zu verschönern mit Gravur, dass es eben wirklich als Pflanzenglas zu erkennen wäre. Aber wie gesagt, eigentlich ist es wurscht. Es ist einfach eine Möglichkeit, Dinge weiter zu nutzen, obwohl sie nicht so geworden sind, wie man sie wollte und also denkt immer daran, nicht wegschmeißen, es ist total schade drum. Und ich werde bestimmt auch weiterhin üben, ich werde es nochmal schauen. Man braucht halt viel Standfestigkeit, wenn man graviert, also man sollte die Hände gut ablegen können und dass man einfach ganz stabil, weil dieser Gravurstift, der ist von Dremel, der hat ja eine eigene Vibration auch noch. Das heißt, wenn dann auch noch eine Vibration dazu kommt von der Hand, macht sich das ganz, ganz schwer. Und ich weiß, dass das auch schon andere YouTuber probiert haben. Ich weiß, dass da zum Beispiel die Videos nicht hochgeladen wurden. Ich mache es trotzdem, weil ich glaube, dass das auch einigen hilft, ein paar Sachen vielleicht zu verstehen oder vielleicht hat auch jemand schon eine Idee, also schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr eine Idee habt, wie man sich besser stabil halten kann in der Hand, in den Fingern, dass das dann besser funktioniert. Also gebt mir da gerne Hinweise. Ich würde es total gerne nochmal probieren. Ich finde übrigens auch diese Gläser mit diesem Regenbogen-Schimmer total schön. Also dadurch alleine deswegen. Ich habe es bei Teddy gekauft. Leider hatten sie die Gläser jetzt gar nicht mehr. Sonst hätte ich mir die bestimmt auch nochmal gekauft zum Ausprobieren. Weil gerade zwischen Weihnachten und Neujahr oder so wird bestimmt mehr Zeit sein zum Basteln. Ich werde auch jetzt irgendwann nochmal wieder basteln. Ich möchte gerne nochmal Dinge ausprobieren mit der Strukturpaste. Da bin ich so ein bisschen irgendwie auf den Geschmack gekommen. Das ist ja wie mit dem Acrylic Poring. Ich würde es gerne auch nochmal machen. Ich hatte jetzt nur einfach die Zeit nicht. Ich war halt krank und da hatte ich nicht ganz so die Kraft. Das ist wie mit den Videos jetzt. Ich mit dem Nachfahrtonen. Das Sprechen ist halt gar nicht so einfach. Und das zieht sich jetzt leider schon in die dritte Woche und wird bestimmt auch noch eine vierte und fünfte Woche sein. Aber schauen wir mal, dass es hoffentlich nicht ganz so lange dauert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Dass ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und mein Video schaut. Hinterlasst mir gerne ein Abo, falls ihr neu seid oder einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wie gesagt, auch gerne über Tipps. Erstens, was ich vielleicht für euch gerne ausprobieren soll. Wie man es macht oder über Tipps, wie kann ich bestimmte Sachen zum Beispiel auch besser machen. Hatte ich jetzt bei ein, zwei, drei Videos, wo dann welche geschrieben haben. Mensch, probiert doch das mal aus. Und dafür danke ich euch natürlich von Herzen. Weil nur so kann man, ich glaube, das ist eine Community, die ich mir wünsche, wo man sich gerne austauschen darf und kann. Und dass dadurch dann einfach viel, viel schöner wird, um sich gegenseitig beim Basteln zu unterstützen. So, ich danke euch auf jeden Fall und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder da. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Tschüss. Tschüss. Achsch. Tschüss. Vielen Dank.